Tja, das war nicht ganz so clever, würde ich sagen, ne? So, also ihr zumindest. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Ihr könnt mal hier hoch. Ich mach jetzt nämlich die Werft von dem Blatt. So, da geht's hin. Oh Mann, ey. Also manchmal sind sie echt bescheuert, ey. Ja, es ist gut. So, hier. Schiffsreparatur beendet. So, du kannst dann hier runter. Du bitte reparieren. Ein Schiff wurde reparieren. So. Ein Schiff wurde repariert. Das war nicht das hier, aber dann kann man dich reparieren. Sondern dann war's das da. Super. Genau. Ausgezeichnet. Dann will ich da unten. Es ist grad ein bisschen zu viel Stress alles. Oh. Das brennt aber nie noch hoffentlich. So. Wunderbar. Okay, also die beiden, die sind repariert. Das da ist auch gleich repariert. So. Wunderbar. Und dann wollte ich ja mit dir da, genau. Mit dir wollte ich jetzt eigentlich, jo, kann's mal forschen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Kaka und Gewürze. So, dann kannst du nämlich eigentlich mal dahin flitzen. Ein Schiff wurde repariert. Super. Dann könnt ihr nämlich dahin und ihr hier oben. Ihr könnt mal zur Reparatur. Ihr könnt mal euch da parken. Dann wird es nämlich eins nach dem anderen gemacht. Oder jeweils zu zweit. Oder irgendwie so. Auf jeden Fall halt etwas koordinierter. Als es momentan der Fall ist. Oh, warte mal. Können wir ein bisschen Panik auslösen. Obwohl, eigentlich finde ich die da oben grad ganz sympathisch aufgeräumt. So. Oh, hi, hi. Verarscht. Dann kann ich nämlich noch mit euch So, jetzt können wir nämlich mal mit denen da hinfahren Und Ihr beide seid auch schon gut genug So Super, du kannst schon mal da rein Und du hier kannst Daneben So Dann würde ich zu dir hier nämlich sagen Zack 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 Das hat keinerlei Effekt Okay, dann machen wir später Hier ist quasi unsere Waffe, um zu ködern Aber erstmal will ich wieder meine Flotte modernisieren So Und ich bin eigentlich am überlegen Dass ich vielleicht die Ressourceninsel schrocken sollte Von ihm Weil ich verkaufe ja nichts Dann müsste er eigentlich aussterben Schiffsreparatur beendet Wunderbar Dann kann der nächste repariert werden Du kannst hier weg Und du kannst Hier hin Und du bist natürlich der gewesen Der hätte repariert werden sollen Du solltest nämlich weg So Reparieren So So Schiffsreparatur beendet So, dann geh du mal da hin Können wir dich nämlich auch reparieren Du bist repariert Können wir dich da nehmen Dann würde ich dich mal da hin schieben So Ich würde ganz gerne mal wieder speichern Gesichert Perfekt So Euch nenne ich mal Steuerung Zwei Nein, ihr sollt da bleiben Super Super So Das war die Dreier Die haben glaube ich keine Nummern mehr Spätestens dann Wenn man sie belädt Glaube ich Haben sie keine Nummern mehr Ich finde es auch ein bisschen schade Dass die Nummern nicht gespeichert werden Aber okay So Du wirst repariert Genau Da oben ist keine Werft mehr Da unten Auch keine Wir könnten natürlich mit der Zwei Jetzt schon mal anfangen Hier ein bisschen Radau zu machen Oder wir warten noch da drauf Ach komm, was soll's Die Schiffe sind sich Zwei Krieg Bam Die Schiffe sind sich eh andauernd im Weg Where weão Kleine Und Abonniert 2, diesen 2, krieg diesen Turm weg wunderbar so, dann würde ich doch mal gucken, kann ich kann ich irgendwelche Kanoniere irgendwo hinlocken würde jetzt ganz gerne mal mit dem da hinfahren genau und dann kann man mit dir auch mal da hinfahren Schiffsreparatur beendet das ist sehr schön dann reparierst du dich mal du bist das andere Schiff du bist repariert dann kannst du hier hin und du kannst da hin so wunderbar so, dann würde ich mal sagen das war jetzt wieder super den Kanonier wollte ich nicht töten kommen die anderen Kanoniere nein, sie kommen nicht okay, das hat nichts gebracht dann würde ich die da ruinieren wir speichern gesichert dann würde ich zu dir sagen reparieren und zu dir sagen geh da unten hin ja wir werden schon jetzt ey so und dann darfst du mal nach hause zum reparieren bitte genau verbrennt eure ressourcen muahaha okay dann können wir hier eigentlich mal hin da 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 super super okay dann würde ich mit dir was will ich da würde ich mal landen und dann die farm weg machen und dann oder vielleicht sogar von da kommend schiffs reparatur beendet super dann kannst du mal dahin das nächste kommt schon kann man mit euch nämlich auch unter zu dem kriegs gestöber du bist aus meinem einzugsbereich perfekt und dann können wir mit dir das dann greifen so das war jetzt doof wollte ich eigentlich von der anderen seite ran aber egal so ein kleines schiff da so raus raus ihr beide in dieses schiff so und dann fahren wir mit dir mal hier unten hin okay meine dürre eine dürre vernichtet meine ernte das ist schon in ordnung so dann haben wir hier die bauern weg so 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 wunderbar okay können wir hier zack 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 sagen dann würdet ihr mal den da platt machen okay no Was kann ich eigentlich mit euch machen? Ausgezeichnet und dann könnt ihr noch sehen, da... Und mein Eintipel? Perfekt! Ach, ich habe hier gerade nichts zum Bauen, das ist aber doof. Okay, aber das Ding ist weg, das ist super. Das heißt, ich habe dann bald wieder... Na, bist du bald repariert? So, du kannst eigentlich hoch zum reparieren. Schiffsreparatur beendet. Das ist super, dann kannst du nämlich wieder hier runter. Okay, und wie sieht es bei euch aus? Oh, jo, oh, ihr holt euch! Haltet ein! So... Wir speichern mal wieder. Gesichert! Eigentlich sollte ich die jetzt auf den Turm schicken, aber ich habe keine Lust. Darauf wählt. Turm bedeutet immer ärgern. Das treue Volk will euch ein Denkmal setzen. Na, wenn ihr das unbedingt wollt, dann setzen wir das da hin. So... ...